ein herzliches hallo und willkommen zurück hier bei satisfactory und freunde in der letzten folge habe ich hier oben auf dem aussichtspunkt gestanden und habe so gedacht irgendwie ist auch alles ziemlich leer und das gefällt mir nicht so ganz denn wir produzieren in der mitte ja im endeffekt nur und ich zeig das mal ganz kurz einmal nur den steel beam und wir machen nur die stahlrohre und ansonsten ist hier nichts aber wir haben ja theoretisch dahinten wenn wir bestimmte sachen abbauen also das was wir hier aufgebaut haben im effekt da so ein bisschen reduzieren dann hätten wir hier genügend fläche um dieses kleine produktions diesen kleinen produktionsbereich hier locker da drüben aufzubauen und dazwischen zu lagern aus diesem grunde habe ich mir gerade entschieden nach näherer überlegung dass wir das was hier drüben ist einfach hier rüber packen dann können wir nämlich und jetzt kommt das steel beam klar auf der linken seite produzieren und die stahlrohre auch auf der linken seite produzieren und jetzt kommt es ja wo habe ich es gesehen da war es doch da was was hier einen moment nein da war es nicht aber es war hier turbo draht und turbo draht entschuldigt ist ja völliger quatsch da braucht nur katerium das ist auch klar und wir können auf der rückseite quasi hier also auf dieser seite ebenfalls noch mal beton herstellen also das was wir da hinten machen können wir hier herstellen mit vielleicht zwei linien einmal brauchen wir gar nicht mit zwei linien machen denn ein moment ich bin gerade völlig raus genau in case industrial beam das wollen wir hier auf dieser seite ganz außen herstellen mit beton also wir schmelzen den beton ein und bringen quasi diese stahlrohre zueinander und ganz 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 außen mit dem letzten schmelzer je nachdem wie viel platz wir noch haben da werden wir den turbo draht einigen aufbauen also von daher gehen das an quasi ganz schnell im endeffekt brauchen wir nicht viel dafür wir brauchen nämlich nur der konstruktor kann bleiben wir nehmen das weg wir nehmen das weg wir nehmen das weg dann ist das quasi erledigt wir nehmen auch die manufaktierung noch mal weg und dieses förderband noch mal so und jetzt lasst mich kurz überlegen wir wollten hier genau wir waren hier stator gemacht und wir wollten hier dann natürlich motoren herstellen richtig jetzt bin ich ja völlig durcheinander wollten wir da motoren herstellen genau wir wollten da motoren herstellen und habe ich jetzt gerade ein fehler gemacht habe ich jetzt gerade ein fehler gemacht habe ich habe einen fehler gemacht den schrauben hier wir haben schrauben das bleibt und die beiden ersetzen die beiden na klar ist doch logisch so also wir haben gesagt also einmal eisenstangen und einmal schräubchen dann bauen wir die mal um einmal eisenstangen produktion als dann schräubchen so dann haben wir die beiden quasi ersetzt setzen eine manufaktur und dann führen wir zwei manufakturen zusammen ich glaube so war der plan manufaktur so zack ich glaube genau so war so war der grundgedanke die hier rein zu fördern hier rein zu fördern und hier kam entschuldigung hier kam jetzt raus der stator also müssen wir hier den rotor herstellen richtig genau rotor herstellen und hier ganz am ende noch die manufaktur für die kommen wir jetzt mal auf gleicher höhe ungefähr auf gleicher höhe mit dem wir da auch schon haben machen wir jetzt mal so und können dann hier aus da rein und wir können da rein ja und dann haben wir hier nämlich die die motoren haben das jetzt quasi umgelegt und wir können jetzt hier und das ist das einmal die rohre herstellen moment lasst uns noch mal schnell gucken wir können jetzt die rohre die stahlrohre herstellen was wir ja quasi auf der anderen seite und den industrial beam was wir auch auf der anderen seite machen werden aber wir können einen moment ich muss umdenken manufaktur setzen wir jetzt mal hin und zwar genau den industrial beam und dafür brauchen wir diese stahlplatten sozusagen diese stahl konstruktion ist stahlrohre die machen wir jetzt einfach mal hier das bedeutet der schmelzapparat hier macht natürlich logischerweise entschuldigung keine keine schmelzerei logischerweise wir brauchten hier einfach nur genau das ist unser problem die beiden schmelzapparellos die wir hier aufgebaut haben die müssen wir auch umsetzen das ist ja völlig logisch da reichen normale schmelzereien nach so und so genau da reichen normale schmelzereien für eisen nochmal eisen so und hier wiederum muss jetzt ein schmelzer hin der soll ja was gut er sollten im moment ist immer schon zu weit na genau das ist für dich richtig das heißt wir haben einen moment genau wir haben wir müssen enger stehen wir müssen enger stehen konnte logischerweise wir müssen etwas enger stehen das tut mir natürlich leid jetzt so dann müssen wir die strommaste noch mal hier entfernen ich entferne jetzt mal komplett bis unser unsere sache dann auch komplett steht das macht ja dann keinen sinn hier so eine so eine sache aufzuziehen so ist mir da noch ein bisschen platz durchgehen haben wir genug platz eigentlich oder wir haben doch jetzt genug platz so jetzt haben wir den einen eisen und jetzt mal noch einen zweiten dazwischen nein das wäre dann der hier genau den nehmen wir mal weg und setzen ihn mit der 6 daneben so dann hätten wir das denn natürlich bitte auch mit eisen machen und genau den müssen wir zur seite wir müssen wir auch zur seite den müssen wir weg nehmen den nochmal weg und schnappen uns jetzt die gießerei na will er nicht jetzt kann man so da soll er hin und ich hoffe die andere gießerei passt jetzt noch da und das passt aber mein gott noch mal das passt jetzt aber auch die faust aufs auge so dann hätten wir das habe ich jetzt fehler gemacht nein denn wir haben ach du ahnst es nicht wofür brauchen wir denn zwei habe ich jetzt ich bin jetzt völlig durcheinander oder doch das brauchen wir noch eisen das ist ja klar und hier haben wir stadt und dazu brauchen wir stahlrohr und das konnten wir wir haben hier und wir haben hier den draht das heißt wir brauchen den das gedöns ja mal gar nicht wir brauchen ja eigentlich nur den schmelzofen sozusagen genau den schmelzofen und da brauchen wir natürlich draht das ist auch klar so jetzt schauen wir doch noch mal ich habe doch hier 12 ich habe hier nur ein schmelz aber wahrscheinlich klar weil ich umgesetzt habe den anderen wollen wir da hinten deswegen fällt einer quasi komplett weg wenn wir mal so wollen so dann wollten wir ne stimmt nicht wir müssen ja einen hier müssen wir noch zwischen quetschen das ist klar einer muss hier noch zwischen der muss hier rein irgendwie ähm denn hier wollten wir hier wollten wir steel beam machen ne stimmt nicht steel beam machen das machen wir indem wir hier auf die genau ging nämlich nicht wir konnten nämlich mit der schmelzerei nur genau mit der schmelzerei konnten wir nur stahlbarren machen so das bedeutet wenn wir den ähm das ist nochmal taktisch kurz gucken hier würde ich jetzt beton machen das bedeutet der schmelzer kann bleiben weil er hier ja eigentlich nichts machen muss haha das kann nämlich direkt durch das kann hier direkt durch mit dem konstruktor weg weil den setzen wir dann ne das macht keinen sinn sorry ich habe jetzt habe ich miss gebaut wir lassen den konstruktor mal hier stehen das ist schon in ordnung wir führen den hier einfach nur setzen den hier ab und setzen hier einfach nur platzhalter hin und zwar einen platzhalter mit einem verteiler denn denn splitter genau so denn ich will jetzt einfach nur so möchte nämlich einfach nur dass dieses dieses teil in der mitte quasi platz frei gibt so dann haben wir hier die produktion von beton habe ich den achso den habe ich gerade weg gemacht er ist nicht so schlimm so beton und hier das teil das können wir noch ein bisschen ein reduzieren wir nehmen den smelzer nochmal weg und setzen den nochmal neu sozusagen können wir nicht weil der draht hier der mast im weg ist macht nix so nochmal ja das sieht schon mal gut aus aber ein stückchen vor dann ist das alles hier in line sozusagen so und hier möchte ich turbo draht Moment das will ich hier nicht ich will hier kein turbo draht herstellen wir haben beton und wir wollen genau wir wollen hier steelbeam herstellen und dazu brauche ich eigentlich nur na nü na nü was war denn das habt ihr das auch gehört mhm ok irgendwas habe ich hier gerade verkehrt gemacht ähm stimmt so und hier war jetzt das problem hier muss jetzt der schmelzer hin äh der äh nicht der schmelzer doch war das der schmelzer hier muss der die gießerei so die gießerei muss hier hin denn na jetzt will er mich aber auch boden zu steil was ist denn das ist doch eine fläche ok dann packen wir es hier hin ähm tut jetzt nicht weh hoffentlich ist das alles schön in reihe hier ja das sieht gut aus so ähm dann hammer dead ist jetzt ein bisschen ein bisschen äh stilvoll wollte ich gerade sagen so und hier machen wir stahlbarren und mit den stahlbarren machen wir äh den stil beam und mit dem stil beam mit dem stil beam mit dem stil beam machen wir jetzt entschuldigung noch eine manufaktur die müssen wir hier noch setzen das ist ganz cool dass das äh gerade einigermaßen gerade angezeigt wird also ähm das finde ich ganz gut gemacht so und hier stellen wir jetzt industrial beam sehr schön sehr cool äh damit hätten wir quasi einigermaßen den mittleren bereich ganz gut abgedeckt ähm was ich jetzt noch machen möchte und wollte und äh das auf jeden fall ähm der turbodraht ähm theoretisch ist die frage ob wir den hier produzieren oder ob wir uns diese möglichkeit hier rechts frei halten ich glaube wir haben doch mit lass uns noch mal reingucken wir haben jetzt die verstärkten eisenplan die produzieren wir ganz außen das haben wir als einzelne dann haben wir die rotoren die wir einzeln produzieren die modularen rahmen die wir einzeln produzieren wir haben stator rotoren und rotoren im verbund für die motoren herstellung und wir haben den increased beam das gehen wir jetzt nochmal schnell ab bevor wir jetzt noch irgendeinen ähm bedankenfehler haben will ich das nochmal kurz abgehen also schauen wir uns doch mal den output an hier eisenplatten jawohl hier motoren jawohl ähm hier modulare rahmen jawohl hier motoren jawohl und hier müsste dann der genau äh dasselbeam sein so und dann haben wir die station hier frei und den rest müssen wir sehen ob wir die dahinten produzieren könnten können wir wahrscheinlich auch so jetzt gehen wir gegen einzelne strangen ab und dann müssen wir zusehen dass wir die ausleitung sozusagen mal so alles was nach vorne weg geht äh wollen wir da mal schauen so jetzt schauen wir doch nochmal also ähm verstecktes stahlplan schrauben schrauben aus eisenstangen jawohl und hier die eisenplatten für die schrauben jawohl und hier haben wir eisenbarren und eisenbarren läuft dann rotoren 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 brauchen eisenstangen und schrauben hier sind die eisenstangen da sind die schrauben und hier sind auch nochmal die eisenstangen jawohl beides müsste hier auf eisen laufen hier ist einmal eisen da ist einmal eisen so dann verstärkte stahlplatten ach so natürlich verstärkte stahlplatten für verstände und eisenstangen so verstärkte stahlplatten brauchen wir natürlich schrauben klar hier sind die eisenstangen logisch hier sind die eisenplatten und hier sind dann auch noch mal genau richtig das fehlte noch und das waren eisenstangen richtig kurz gucken also brauchen hier nummer drei eisenstangen so als es dann und das heißt beides muss hier mit also befeuert werden möchte ich da sind wir auf eisen wir sind hier auf eisen wir müssen hier auch auf eisen das alles bis jetzt alles eisen so hier ist die nächste strecke das war der rotor verbundene jawohl rotor für den motor so rotor für den motor gewinne roto noch mal ab für die rotoren brauchen wir ebenfalls eisenstangen eisenstangen sind hier eingestellt und wir brauchen hier die schrauben korrekt aber das fehlt natürlich jetzt hier fehlt noch ein konstruktor zwischen den werden natürlich dazwischen setzen logischerweise den habe ich ja völlig überworfen so eisenstangen richtig schrauben eisenstangen ja wohl und hier den und eisenwaren werden hier produziert jawohl und hier wird auch eisenwaren produziert von daher sollte das funktionieren und dann haben wir noch die zweite seite die noch aussteht und um den stator noch ist das korrekt haben wir jetzt kommt hier der rotor her ja hier kommt der rotor her das heißt wir haben dann den stator dazu brauchen wir natürlich dreimal stahlrohr und zehn mal draht wir haben hier wahrscheinlich den stahlrohr jawohl wir haben hier das draht das heißt wir sind hier auf kupferbarren und hier sind wir auf stahlbarren auch das ist korrekt völlig völlig richtig so haben wir nämlich hier den stator und beides wird da vorne zusammen das passt und hier haben wir industrial beam wir brauchen einmal beton den haben wir hier direkt durchgeführt und wir brauchen den stil beam und dazu den schmelzer und da haben wir stahlbarren von daher freunde das sieht sehr gut aus jetzt gehen wir dabei machen noch mal die strom verdrahtung die haben wir leider in anführungsstrichen so das gehen wir hier ganz gemütlich ab ich setze absichtlich jetzt hier auch noch eins also so viel stromverteiler wie nur irgendein möglich so denn jetzt müssen wir quasi einmal längs gehen wie ich das hier ganze das ganze jetzt bevor ihr vielleicht muss diese struktur hier vorne noch mal ein bisschen reduzieren auf jeden fall müssen wir ja doch schon vielleicht muss die verteilung hier vorne schon stattfinden also wir sind hier alles aufteilen das hier alles in die richtige bahn lenken was auf jeden fall machen werden wir werden immer kleine häufchen von den entsprechenden ressourcen vor die schmelzer packen damit wir wissen auch wo wir hin müssen aber die jedes mal wieder loslaufen muss das wäre natürlich total bescheuert so hier haben wir noch einen frei können wir hier hinsetzen und wir haben dann entsprechend hier noch welche frei setze ich jetzt einfach mal da hin so so wir wollen gleich die verdrahtung vornehmen wir fangen schon mal an würde ich sagen so ähm der hier mit dem hier der hier mit dem und die beiden mit dem hier so dann haben wir die strecke die ist quasi unter strom gesetzt hier fehlt doch einer das ist schlimm absolut nicht denn jetzt noch mal da rein gehen von hier aus gehen wir noch mal hier hin irgendwie so ah das passt ja gerade so okay das sieht gut aus na ist jetzt weg so der ist angebunden dann gehen wir von dem nach da wir gehen von dem da hin und da hin und und gehen von dem nochmal dorthin so und die anderen folge vorher werden wir das müsste eigentlich nochmal das müsste eigentlich funktionieren äh drei da noch einen hinzusetzen und da einen hinsetzen und dann können wir von hier aus nochmal weiter gehen die restliche verkabelung sozusagen machen achso der ist schon angeschlossen dann setzen wir den mal unter strom wir setzen der ist auch schon angeschlossen den mal unter strom den rest machen wir dann von denen hier achso der ist da schon angeschlossen der ist genau so die sind auch angeschlossen der muss noch klar der muss auch noch befeuert werden ähm ja weiter geht's das machen wir jetzt in dieser folge denke ich auf jeden fall noch dass wir hier noch die strom anbindung machen den haben wir angebunden hier sitzen wir ziehen wir nur ganz kurz rein so damit wir den angeschlossen bekommen damit wir der ist schon angeschlossen damit wir den angeschlossen bekommen und das ziehen wir hier weiter durch ne das sieht ja nicht aus oder so den wollen wir da hin und kommt hier aus nochmal rüber den lassen wir jetzt mal tot da stehen so müsste doch den da hin so die beiden da hin gehen da hin und so ja das passt das sieht gut aus ein bisschen verwurschtel ist es schon ne dass wir gerne zugehen so ja das passt das sieht gut aus ein bisschen verwurschtel ist es schon ne so den machen wir der müsste na stopp so der ist angeschlossen und den machen wir da dran genau so und das ziehen wir jetzt von hier aus durch jetzt mal einen da und wir setzen noch einen und wir setzen noch einen der ist voll der ist voll macht aber nix wir machen hier nur eine Sidelitung wenn wir so wollen also eine noch hart am Rand lang geführt so und dann haben wir quasi noch eine Verbindungsstelle dahin und eine dahin und ich glaube jetzt müsste eigentlich alles unter Strom sein oder das werden wir jetzt mal überprüfen wir haben noch hier so einen schönen Beobachtungsturm den werden wir jetzt nochmal aufstellen ich glaube den lasse ich nochmal so ähm den stelle ich jetzt einfach mal doch den stellen wir jetzt einfach mal hier rein hier ist momentan nichts äh und mit diesen mit diesen Worten klettern wir nochmal rauf und schauen uns das ganze Ding von oben an so Freunde ich würde sagen verdammte Scheiße wir haben es hahaha das sieht gut aus oder nice echt gut echt super ähm so mal ein schönes Bild einfangen hier ja so nochmal ein echt cooles Bild einfangen so ich glaube das sieht echt nice aus das sieht echt gut aus ja Freunde ich würde sagen das war es für diese Folge wenn es euch gefallen hat lasst mir ein Däumchen da gerne auch ein Abo und äh schreibt mir gerne was in die Kommentare und äh ich freue mich auf euch äh in der nächsten Folge wenn wir hier ein bisschen weiter ausbauen und äh quasi die ganze Versorgungsstrippengeschichte quasi von hier komplett hier rüber führen und dann quasi hier unten irgendwie mal sehen wie wir das Zentrallager da aufbauen unten rein unten rein wir wollten es ja wir wollten es unten rein mal sehen wie wir das organisiert bekommen ich glaube wir werden erstmal ach Leute das machen wir in der nächsten Folge würde ich sagen das machen wir in der nächsten Folge ich sabbe sonst alles wieder zu viel also ähm ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal ciao 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 ciao